Den Beamten in Niederösterreich ist es gelungen, einen bundesweiten Drogenring auszuforschen. Insgesamt wurden zehn Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um den Verkauf von Rauschgift im Wert von 12,5 Millionen Euro. Gesteuert wurde er unter anderem aus heimischen Justizanstalten. Die österreichisch-serbische Tätergruppe hat den Zeitraum zwischen Juli 2023 und März 2024 in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien im großen Stil Drogen verkauft. Dabei wurden unter anderem 163,5 Kilogramm Kokain, 2,5 Kilogramm Heroin und 18,5 Kilogramm Cannabis weiterverkauft. Bei den angeordneten Hausdurchsuchungen wurden beispielsweise 5,06 Kilogramm Kokain, 4,3 Kilogramm Ketamin, 3,4 Kilogramm Amphetamin im Wert von 540.000 Euro sichergestellt. Die illegalen Geschäfte sollen auch mit zwei Insassen der Justizanstalten, Hirtenberg und Sonnenberg mittels Mobiltelefone organisiert worden sein. Die Telefone wurden ebenfalls sichergestellt. Die beiden Hauptbeschuldigten, ein 26-jähriger und ein 27-jähriger Österreicher, befinden sich nunmehr in den Justizanstalten Kremsstein und Wiener Neustadt in Haft. Bei weiteren acht Beschuldigten, sechs Männer im Alter von 19, 22, 27, 30, 35 bzw. 47 Jahren und zwei Frauen im Alter von 25 Jahren, handelt es sich um österreichische, serbische und bosnische Staatsangehörige, die sich nun allesamt in Haft befinden. Weitere schwere Delikte konnten ebenfalls nachgewiesen werden. Weitere Ermittlungen laufen auf Hochtouren.